Herzlich willkommen, Freunde, zurück in meinem Kanal. Ja, heute geht es um die digitale Radioübertragung oder Tonübertragung, genauer DAB+. Und mit diesem Thema wollen wir uns ausführlich beschäftigen. Das heißt also, ich will das nicht in einen 10-minütigen Filmbeitrag hineinstopfen, was da im Grunde an Theorie im Hintergrund existiert und funktioniert, sondern ich möchte das auf mehrere Filmbeiträge aufteilen. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der Grundfunktion an, wo es eben darum geht, analoge Schwingungen überhaupt in digitale Signale zunächst einmal umzuwandeln. Sicher habt ihr schon das ein oder andere DAB-Plus-Gerät schon irgendwo im Haushalt. Und dieses Gerät stammt entweder aus unseren vielen Projekten, die wir ja schon zu diesem Thema gemacht hatten. Wunderbar, immer verpackt in einem Holzgehäuse. Und wir sehen schon an den entsprechenden Leistungsmerkmalen dieser DAB-Plus-Empfänger, dass man verschiedene Qualitäten hier vorfindet natürlich. Das geht im Grunde von einem Monogerät über ein Stereogerät, über farbige Displays oder Schwarz-Weiß-Display, Mono oder Stereo. Also da gibt es ja die großen Unterschiede und abhängig davon, welche Qualität ich natürlich wähle, habe ich dann natürlich Funktionen, die das eine Gerät besitzt und das andere eben überhaupt nicht zu leisten vermag. Und vielleicht seid ihr ja auch Fans dieser Plastikgehäuse. Ich lächle ein bisschen, das meine ich so sarkastisch. Ja, diese Plastikgeräte, die dann irgendwo auf den Markt geschmissen werden für relativ überschaubares Geld, was auch immer. Ihr werdet möglicherweise natürlich mit der Digitalübertragung längst Kontakt gehabt haben. Ja, und dieser Kontakt könnte natürlich auch sein, dass ihr eure analogen Disketten digitalisiert habt. Und dann gab es solche Digitalisierungsgeräte, wo man also die Analogkassette hineinbrachte und dann digitale Signale entsprechend wieder herauskamen, als MP3 zum Beispiel. Ja, am Anfang der Radioübertragung war aber die Amplitudenmodellation. Und die bestand ja darin, am Anfang aus einem Hochfrequenzsignal, hier als Bild B dargestellt, über die Modulation mit einem Ton oder einem Sprachsignal, hier als A dargestellt, etwas Neues zu erzeugen. Nämlich das, was natürlich unter C hier unten zu sehen ist, nämlich ein amplitudenmoduliertes Hochfrequenzsignal. Ja, und so begann eigentlich vor 100 Jahren unsere Radiotechnik. Und solche Geräte, die es da am Anfang gab, waren vor allen Dingen die sogenannten Detektorempfänger, wo man völlig ohne Spannungsquelle und ohne Batterie, das kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen, Radioempfang mindestens über die Kopfhörer auf jeden Fall betreiben konnte. Und diese Geräte brauchten dann so einen ganz interessanten Kristall, ein Bergkristall oder ein Bleiglanzkristall. Kristalle also, die zwischen den einzelnen kristallinen Übergängen, PN-Übergänge ausbilden konnten. Und dann kann ich mit einer spitzen Nadel genau die Stelle finden, wo mir dieses vorhin gesehene analoge Signal gleichgerichtet wird. Und wenn es denn gleichgerichtet ist, hier ist so ein Detektor gerade im Bild, dann kann ich das über den Kopfhörer tatsächlich als NF-Signal, also als niederfrequentes Signal, wieder in Form der Musik oder der Sprache hörbar machen. Und das war vor 100 Jahren also eine ganz, ganz aufregende Geschichte. Und viele, auch ich gehöre dazu, sagen ja heute noch, die analoge Übertragungsart und vor allen Dingen die Amplitudenmodulation ist die sicherste Übertragungsmethode. Das ist ja auch ein Grund, warum der Flugzeugfunk, also im fliegerischen Bereich, die Amplitudenmodulation immer noch nutzt, weil es einfach immer und mit einfachsten Mitteln tatsächlich auch empfangbar ist. Dann kam die nächste große Revolution, nämlich UKW. Und mit UKW die sogenannte Frequenzmodulation. Hier wird tatsächlich die Empfangsfrequenz, also die Hochfrequenz über das eigentliche Sprach- oder Musiksignal entsprechend verändert. Also die Frequenz, die ich empfange, schwankt in einem bestimmten Spektrum. Und damit kriegte man eine sehr viel schönere Qualität natürlich. UKW war unglaublich gut zur damaligen Zeit, um also auch Hi-Fi-Genuss im heimischen Wohnzimmer wirklich erlebbar zu machen. Also da waren wir schon recht glücklich mit dieser Methode. Ja, und jetzt stehen wir sozusagen wieder vor der Einführung spätestens der nächsten Revolution, nämlich der digitalisiert übertragenen Signale. Ja, und wie das funktioniert, das versuche ich mal in diesem Kondensatormikrofon klarzumachen. Wenn ich in dieses Mikrofon hier hinein spreche, dann seht ihr an den Leuchtdioden, die da im Hintergrund als grüne oder rote Leuchtdioden zu sehen sind, dass abhängig, wie laut meine Sprache im Moment gerade hier abgegeben wird, diese Anzeige entsprechend hier schwankt. Und das ist ja schon die erste Digitalisierung. Das heißt also, hier wird die Sprache im Grunde schon in digitale Anzeigen ja aufgelöst. Und ja, ein ganz raffiniertes Verfahren. Und das kann ich natürlich auch mit guten Mikrofonen machen. Also es liegt nicht am Mikrofon, nicht, dass ihr diesen Eindruck habt. Und da wisst ihr, wenn wir in einem Studio sitzen und in einem guten Mikrofon hineinblasen, dann haben wir eine ähnliche Anzeige. Diese ist nur wieder analog, nicht digital, in der eben die Lautstärke, in der ich da spreche, natürlich dann analog angezeigt wird. Ja, und hier ist so ein Schreibgerät, was mir diese Schwingungen, also diese Sprach- oder Musikschwingungen auch aufs Papier bringen kann. Sowas gibt es natürlich im Studio. Die Digitalisierung lebt also jetzt davon, dass ich bei meinem niederfrequenten Signal, also Musik oder Sprache, zu jedem Zeitpunkt oder zu verschiedenen Zeitpunkten nachgucke, wie hoch denn jetzt die Amplitude, also die Schwingung dieses Signals ausfällt. Und da taste ich ein solches Schwingungssignal, das müsste ja nicht immer sinusformig sein, das taste ich also an verschiedenen Zeitfenstern ab und kann dies dann entsprechend in 1 und 0 Signale übersetzen. Und da haben wir Gott sei Dank ICs für, die das für uns machen. Und dann kriegen wir natürlich 0 und 1 Information. Und die kann ich dann schließlich in die Frequenzmodulation als 0 und 1 entsprechend dann natürlich auch wieder unterbringen. Und so habe ich dann, wenn eine Zeit lang gesprochen wird, einen ganzen Haufen solcher digitalen Sprachpakete. Und wenn ich die jetzt hintereinander absende, könnte dann eben so aussehen wie hier, dann haben wir eben eine Möglichkeit, digitale Signale wieder auf der anderen Seite natürlich zu empfangen. Vorausgesetzt, wir haben also im Prinzip der digitalen Übertragung auch einen entsprechenden Empfänger, der das natürlich wieder auflösen kann. Also wir brauchen da einen Riesenaufwand, eigentlich eine CPU, die uns dann natürlich diese digital ankommenden Signale zunächst einmal natürlich verstärkt, was auf die Antenne reinkommt und schließlich wieder in die einzelnen Blöcke, die dann schön wieder hintereinander sortiert werden müssen, quasi zusammenfasst. Und dann über einen Verstärker, vorher natürlich einen Analogwandler, der das digitale Signal wieder in analoge Töne umsetzt, dann entsprechend natürlich wieder auf den Lautsprecher bringt. Ja, und beim nächsten Film will ich euch mal erklären, was denn diese alten Fernsehapparate aus den Anfangsjahren denn eigentlich mit DAB Plus zu tun haben. Das wird wieder mal eine ganz spannende Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch da ausreichend neugierig gemacht.